hey hey was geht bei dir check meine hand guck mal na was ist das ein bus ein bus ja und sieht nicht heil aus du was ist das spielstück was du dir schon immer gewünscht hast ja warum liegt die du wolltest doch erzählen dass der kaputt gegangen ist oder nicht dass der mir vorhin gesagt erzähl mal was da haben schon manche drauf gehauen oder aufgetreten wir müssen das reparieren geht schon mal jetzt der heiler oder was haben wir hier noch für spielzeuge der der entsteht der seile Oh, Midrasha mit fernbedingungen. mit fernbedingungen, cool. aber ist teuer, 70 euro nicht schlecht gut jesi, ciao bis zum nächsten video